So, hallo Leute, nochmal diesmal von mir daheim. Heute geht es darum, ich habe erst vor kurzem angekündigt, bei Seven vs. Wild, wie würde ich das machen, wenn ich nur einen Gegenstand zur Verfügung habe und da habe ich schon angekündigt, ich würde den Feuerstahl mitnehmen. Heute möchte ich kurz mit euch in der Theorie durchgehen, warum ich den Feuerstahl gewählt habe. Gut, ich gehe bei dieser ganzen Sache auch systematisch her. Die meisten von euch würden wahrscheinlich ein Messer mitnehmen, das ist so das Obligatorische und das ist auch absolut naheliegend, weil ich mit einem Messer als Werkzeug alles andere herstellen kann. Warum habe ich jetzt aber einen Feuerstahl hergenommen, das gehen wir jetzt mal kurz durch. Als erstes müssen wir uns mal konzentrieren auf die vier Überlebensprioritäten, die wir definitiv auf jeden Fall schaffen müssen und das in möglichst kurzer Zeit. Das sind vier Kriterien, das eine ist Unterschlupf, also Schutz vor den Elementen, dann Feuer, Wasser und Nahrung. Das sind die vier Punkte, die wir brauchen, um überleben zu können. Meine zweiten Auswahlkriterien betreffen dann drei Punkte. Das erste ist, was kann ich alles vor Ort selbst herstellen ohne Hilfsmittel? Das zweite ist, welche Prioritäten habe ich vor Ort in diesem Klima? Denn man darf nicht vergessen, diese vier Überlebensprioritäten, die ich vorhin genannt habe, das unterscheidet sich immer von der Rangliste, immer je nachdem, wo ich gerade bin. Deswegen muss man das dann auch immer sortieren, was ist vor Ort in der Situation, wo ich mich gerade befinde, das Wichtigste, was ich als erstes machen muss, als zweites machen muss und so weiter. Also diese Prioritätenliste erstellen, was brauche ich im Moment am wichtigsten? Und das dritte, was ist am schwersten oder am unsichersten zum Selbstherstellen? Das sind meine drei persönlichen Kriterien. Ich weiß nicht, ob es die irgendwo offiziell gibt, das sind für mich entscheidende Punkte. Kommen wir mal zum ersten Punkt, was kann ich vor Ort alles herstellen? Ich traue mir zu, dass ich im Prinzip alles selbst herstellen kann. Das heißt, Feuer machen ohne Werkzeug, Trinkwasser ohne Werkzeug, Lager bauen ohne Werkzeug und Nahrungsbeschaffung ohne Werkzeug. Ich sage jetzt nicht, dass das alles leicht ist, aber ich traue mir zu. Also ich weiß, wie es geht und viele von den Dingen habe ich auch schon gemacht. Also von dem her traue ich mir grundsätzlich zu, ohne irgendwelche Hilfsmittel alle vier Überlebenskriterien hinzukriegen. Gut, das ist einmal der Punkt 1. Das heißt, ich bin nicht unbedingt verpflichtet, da schon irgendeinen Gegenstand überhaupt auszuwählen. Kommen wir zum Punkt 2. Was sind die jeweiligen Prioritäten vor Ort? Was haben wir dort für Gegebenheiten? Wir haben eine tropische Insel in der Regenzeit. Das heißt, wir haben eine Küste, wir haben hohe Luftfeuchtigkeit, aber auch Hitze und höchstwahrscheinlich viel Regen. Was für Kriterien, also wie reihen sich da nun die Kriterien? Je nachdem, wie gerade die Situation ist, muss ich auf jeden Fall mal schauen, wenn es gerade regnet. Dann würde ich als erstes sofort mal schauen, dass ich irgendwas finde, um Regenwasser aufzufangen für die Trinkwasserbestimmung. Weil wenn es jetzt gerade regnet, dann muss ich das jetzt auch nutzen. Das heißt, wie kann ich das jetzt am besten auffangen, wenn ich nichts mit habe? Dazu kann ich entweder Kokosnussschalen hernehmen oder ich spalte ein Bambusrohr der Längsseite. Wenn ich es aufklappe, dann habe ich diese einzelnen Kammern. Die brauche ich dann einfach nur in den Sand legen und es regnet rein und füllt sich somit dann auf. Und dadurch, dass das eher lang ist und ich dann gleich zwei habe, habe ich mit relativ wenig Aufwand gleich mehrere Wasserkammern, die ich dann mit Regenwasser füllen kann. So, also wie gesagt, ich nehme an, die Situation ist so, ich komme dorthin, es regnet. Was sind meine ersten Schritte, die ich mache? Natürlich als erstes einmal das Regenwasser eben auf die genannten Möglichkeiten auffangen, damit ich einfach einmal Priorität Wasser abgehackt habe. Wenn es nicht regnet, dann hat das im Moment noch Zeit. Das heißt, als nächstes würde ich mich natürlich auch auf die Wasserquellen-Suche geben, denn ich kann mich jetzt nicht trotz Regenzeit auf den Regen verlassen. Also schauen, ob ich irgendwo Wasserquellen zur Verfügung habe, die ich nutzen kann. Als zweite Priorität ist auf jeden Fall Regenschutz. Das ist immens wichtig. Ich brauche, wenn es dort oft regnet, irgendwo einen Platz zum Schlafen und mich zum Aufhalten, wo ich trocken bleiben kann. Das heißt also, ein Dach muss her, beziehungsweise ein Lager. Zudem kommt dann auch noch, wo ich mein Lager genau aufbaue. Gehe ich mehr in den Dschungel rein, bietet sich an, eine Plattform auch zu bauen, um eben vor diversen Insekten und was da so kreucht und fleucht vom Boden wegzukommen. Wenn ich aber eher auf der Strandseite bin, im Sand, dann muss das nicht unbedingt sein, weil meines Wissens gehen jetzt Schlangen und Spinnen und alle möglichen nicht unbedingt auf den Sand, weil sie dort nicht wirklich mehr Nahrung finden. Das heißt, die bleiben normalerweise eher dort, wo Laub am Boden liegt, wo Geäst ist, also alles Mögliche, wo auch eben die Beute sich befindet. Das ist eher selten jetzt für diese Tiere am Strand. Baue ich jetzt also mein Lager eher so am Strand auf, dann muss es keine erhöhte Plattform sein. Gut, also wir haben Punkt zwei abgehakt, einmal das Lager. Also Wasser und Lager von der Prioritätenliste her. Und dann kommt ganz, ganz wichtig schon das Feuer. Feuer ist extrem wichtig, das brauche ich im Prinzip für alles. Wenn es dort viel regnet, in der Nacht, dann viel Feuchtigkeit ist, dann wird es sehr schnell sehr kalt. Dann auch zum Wasser abkochen. Ich brauche es, um Moskitos fernzuhalten und eventuell Raubtiere. Als Lichtquelle in der Nacht, Wärmequelle und und und. Also Feuer ist einfach so wichtig. Das heißt, ich muss als nächstes dann auch schauen, dass ich ein Feuer ankriege. Das heißt, das Schälter, also mein Unterschlupf muss ich auch so gestalten, dass meine Feuerstelle ebenfalls überdacht ist. Ja, damit das Feuer auch vor Regen geschützt wird. Ganz wichtig. Kommen wir zum Punkt Nahrung. Nahrung ist so eine Sache, ich kann das jetzt schlecht einschätzen, aber gehen wir mal davon aus, dass dort Kokosnüsse sind. Was übrigens dann auch für Trinkwasser sinnvoll ist. Vielleicht wachsen dort irgendwelche Früchte, die ich nutzen kann. Aber ansonsten wird wahrscheinlich eine wichtige Nahrungsquelle das Meer sein. Sprich Krebse, Fische, was dazu kreucht und fleucht. Da gehe ich jetzt einmal davon aus, dass es dort Möglichkeiten gibt, sich zu ernähren. Also gerade Meer ist eigentlich immer eine tolle Quelle Muscheln. Also es gibt da so viele Möglichkeiten. Ist aber von der Prioritätenreihe her eben ganz ganz als letztes, weil ich das nicht unbedingt am ersten Tag schon brauchen werde. Da sind die anderen drei Punkte, die ich genannt habe, eben von der Priorität her viel wichtiger. Gut, das heißt, wir haben den zweiten Punkt abgehakt. Die Prioritäten, was ist wie wichtig in der jeweiligen Situation, wo wir uns dann dort gerade befinden. Kommen wir zum dritten Kriterienpunkt, nämlich dem, was ist für mich am schwersten vor Ort herzustellen. Grundsätzlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich traue mir zu, alles selbst herzustellen. Aber natürlich ist das eine leichter, das andere schwerer. Für Trinkwasser zum Beispiel zu filtern, das sehe ich jetzt nicht so ein großes Problem, denn da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens einmal, wie ich schon gesagt habe, Regenwasser sammeln. Das brauche ich dann nicht weiter behandeln, das kann ich dann direkt so trinken. Das zweite ist Kokosnüsse, Kokoswasser, pipipi fein. Die dritte Möglichkeit ist, wenn ich zurückgreifen muss auf andere Quellen zum Beispiel, kann ich jetzt nicht sagen, wie das dann vor Ort ausschaut. Ist dort ein kleiner Bach, dann muss ich natürlich dann schauen, ist das ein schnell fließender Bach, ist die Quelle vielleicht irgendwo in der Nähe. Dann muss ich auch nicht sonderlich viel machen mit dem Wasser. Bin ich jetzt aber gezwungen, das Wasser zu behandeln, weil es eben stehendes Gewässer ist oder auch wenn es dort einen Bach gibt, ich aber Zweifel habe, ob ich das so trinken kann, gibt es ebenfalls wieder Möglichkeiten, wie ich das Wasser behandeln kann, ohne irgendwelche Hilfsmittel wie einen Filter oder irgendwas. Einen Filter kann ich mir selbst herstellen, indem ich zum Beispiel ein Bambusrohr nehme und ein Segment davon verwende, wo unten noch geschlossen ist und oben offen. Dann fülle ich hinein zuerst Sand, dann Kohle von meinem Lagerfeuer, welches ich ja dann schon hoffentlich habe. Dann kommt wieder Sand drauf, dann noch Blätter und nochmal eine Schicht Sand und dann kann ich mit dem das Wasser filtern. Jetzt werde ich zu euch denken, im Moment mal, das ist unten zu, richtig. Da muss man natürlich dann unten nochmal ein kleines Loch bohren, damit das Wasser dann dort raustropfen kann. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann irgendein Stoff fetzen natürlich noch, damit nicht auch noch Sand irgendwie großartig mit drin, aber das ist kein so ein großes Problem, weil selbst wenn Sand noch mittropft, also mittropft in dann einen Behälter, der wahrscheinlich auch aus Bambus besteht, da muss ich einfach noch etwas warten, bis sich der Sand absetzt und dann ist die Sache schon erledigt. Alternativ kann ich natürlich auch neben meiner Wasserquelle ein Loch graben und dann wird das Wasser gefiltert durch den Boden. Das funktioniert auch sehr gut. Eine dritte Möglichkeit, wie kann ich es abkochen ohne Topf? Wenn ich Behälter habe, wie zum Beispiel halbe Kokosnussschalen oder eben oder der Länge nach gespaltenen Bambus, wo dann eben diese Kammern drin sind oder ich nutze den Bambus wie eine Flasche mit oben einer Öffnung. Wie bringe ich das zum Kochen, ohne dass mir dann jetzt das Ganze dann im Feuer verbrennt, indem ich Steine erhitze und die Steine dann ins Wasser, also in den Behälter reingebe, weil der Behälter bleibt heil, aber durch die Hitze der Steine wird das Wasser zum Kochen gebracht und muss ich halt wahrscheinlich je nach Menge und Größe mehr Steine hineingeben und somit kann ich das Wasser ebenfalls aufkochen, ohne einen Metalltopf nutzen zu müssen. Also Trinkwassergewinnung, glaube ich, kann man sagen, ist definitiv machbar und stellt jetzt für mich nicht die größte Herausforderung dar. Die Nahrungsbeschaffung ist jetzt im Prinzip auch nicht so ein großes Problem, denn Muscheln und Krebse kann ich theoretisch einsammeln. Wenn ich jetzt wirklich fischen möchte, einen Speer zu machen ohne Werkzeug, ist nicht so ein großes Problem, also das kriegt man hin. Selbst eine Räuse kann man im Prinzip bauen, ohne ein Werkzeug dazu zur Verfügung zu haben. Gut, diese zwei haben wir mal. Lagerbau. Lager kann man ohne Werkzeug bauen, das traue ich mir zu, habe ich auch schon gemacht. Dort sogar noch leichter, weil ich dort deutlich bessere Baumaterialien habe, eben wie Bambus, dann diese großen Palmblätter, die ich dann dort nutzen kann. Das ist ein Traum. Somit kann ich eigentlich wirklich ein gutes Lager bauen, ohne großartig irgendein Werkzeug nutzen zu müssen. Also von dem her ist das für mich jetzt auch nicht das große Problem. Etwas größere Herausforderung ist es eben, wenn ich mehr im Dschungel bin und eine Plattform brauche, aber auch das ist ohne Werkzeug möglich und machbar, werde ich einmal demnächst auch zeigen. Also haben wir die vier Sachen ohne Werkzeug abgehackt, kommen wir also zum Feuer. Feuer ist natürlich auch machbar, indem man dort zum Beispiel, auch hier kommt der Bambus wieder ins Spiel, mit einer Bambussäge kann ich toll Feuer machen. Ich kann Zunder abschaben, was dort nämlich nötig sein wird, weil es dort eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Das heißt, Zunder wird dort wahrscheinlich eher ein Problem sein zu finden, dass wirklich Knochen trocken ist, damit ich mit einer kleinen Glut ein Feuer draus machen kann. Diese Luftfeuchtigkeit und Regen, diese ganze Kombination darf man echt nicht unterschätzen. Da ist es schon schwer, oft eine Glut anzukriegen und dann daraus dann auch noch ein Feuer zu machen, das ist dann die zweite Herausforderung. Das heißt, mit Bambus ist es wahrscheinlich am besten möglich, eventuell auch Zunder gehen in diese Kokosfasern von der Palme. Allerdings muss man halt schauen, dass man wirklich Knochen trocken Zunder findet. Alles in allem aber ist jeder, der schon mal Feuerbohren ausprobiert hat, der weiß, dass es wirklich mühsam ist und auch nicht immer funktioniert, selbst unter Idealvoraussetzungen. Zudem braucht es wirklich sehr viel Energie und oft auch sehr viel Geduld, dass man das ankriegt. Das kann, wenn man Glück hat, sehr schnell gehen. Aber selbst Experten, die das schon oft machen, scheitern in gewissen Situationen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir haben dort keine Optimalsituationen, um Feuer zu machen. Denn Regen und hohe Luftfeuchtigkeit, das sind alles Dinge, die machen das Feuer machen extrem schwer, selbst mit einem Feuerzeug. Deswegen sage ich, ich traue es mir grundsätzlich zu, ohne Hilfsmittel ein Feuer zu machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber, wie ich vorhin gesagt habe, was ist für mich am schwersten oder wo ist das Risiko am höchsten, dass ich das nicht vielleicht hinkriege? Das ist definitiv für mich das Feuer machen. Und deswegen möchte ich, wenn ich einen Gegenstand mitnehme, den Feuerstahl mitnehmen, um das Feuer möglichst wirklich zu gewährleisten, dass ich das ankriege und vor allem mir die ganze Energie und den Aufwand beim Feuer machen schon mal möglichst reduzieren kann, weil diese Energie brauche ich dann für die anderen Dinge. Und vor allem die Zeit. Man darf ja nicht vergessen, diese, die ersten drei wichtigen Überlebensprioritäten, Wasser, Schutz, Feuer, muss ich am ersten Tag hinkriegen. Das ist enorm wichtig. Und wenn ich dann davon mit einem sehr großen Zeit- und Energieaufwand schon mal weg habe, dann habe ich eine große Sorge schon mal weniger. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, aber warum kein Messer? Weil mit einem Messer, das ist so vielseitig, da kann ich alles Mögliche herstellen. Das ist auch absolut richtig. Aber die anderen Dinge weiß ich, dass ich auch ohne Messer herstellen kann. Und wenn ich eine Klinge doch brauche, um mir irgendwas zu erleichtern, dann kann ich auch Steinklingen verwenden. Dazu muss ich jetzt nicht ein aufwändiges Steinzeitmesser machen und bin auch nicht unbedingt angewiesen auf Feuerstein oder Quarzsteine oder sonstiges, was man dafür am besten verwendet, sondern man kann sehr rudimentäre Steinklingen auch mit jedem anderen Stein machen. Natürlich sind die nicht so toll und kriegen nicht so eine extrem scharfe Schneide hin. Aber die Frage ist, brauche ich denn das in der Form? Und die meisten Dinge werden wahrscheinlich sein, um irgendwelche Lianen zu kappen, um Hölzer einzuritzen oder irgendwas in die Richtung oder einen Fisch zum Beispiel aufzuschneiden. Und das sind so Dinge, da kann ich auch einen normalen Stein verwenden, der, wenn ich ihn bearbeite, und das ist jetzt keine so große Herausforderung, dann kann ich diesen Stein eben für diese Tätigkeiten machen. Wenn der stumpf ist, dann mache ich mir einfach schnell den nächsten und somit kann ich das sehr gut überbrücken. Und deswegen ist für mich ein Messer eigentlich jetzt nicht das Wichtigste, denn die meisten Dinge kann ich komplett ohne Messer machen und das, wo ich ein Messer brauche, kann ich mir eine Steinklinge herstellen. Und das ist alles insgesamt aus meiner Sicht viel weniger Aufwand, wie das vorher zu machen. Jetzt denken sich einige, ja gut, jetzt sitze ich hier und rede da gemütlich von mir daheim, wie ich das theoretisch machen würde. Ich wollte jetzt hier unbedingt einmal dieses Video machen, damit ihr meinen theoretischen Gedankengang einmal seht, warum ich mich dafür entschieden habe. Eigentlich wollte ich das alles in einem gesamten Video auch gleichzeitig zeigen und anwenden. Allerdings habe ich hierfür jetzt gerade viel zu wenig Zeit gehabt, weil ich auf Urlaub fahre und dann länger nichts aufnehmen kann. Deswegen habe ich auch ein paar Dinge schon vorproduziert. Nur ist dieses Thema gerade sehr interessant und sehr aktuell, deswegen wollte ich nicht zu lange warten und habe mir gedacht, okay, dann mache ich zwei Videos. Das eine ist das Theoretische, was ihr jetzt gerade seht und dann, ich hoffe, möglichst bald ein praktisches Video, wo ich dann euch zeige, wie ich all das, was ich euch heute erzählt habe, dann auch praktisch umsetze. Denn Theorie und Praxis, wie wir wissen, sind ja immer zwei Paar Schuhe. Also ich hoffe, ihr habt das interessant gefunden und könnt auch nachvollziehen, warum ich mich so entschieden habe. Und jetzt nach einigen Tagen bin ich immer noch derselben Meinung, dass der Feuerstall die richtige Entscheidung wäre für mich. Interessiert mich natürlich, was ihr darüber denkt, welche Gegenstände oder welchen Gegenstand würdet ihr mitnehmen. Schreibt es in die Kommentare und ansonsten kann ich es kaum erwarten, das praktische Video möglichst bald zu machen. Und somit wünsche ich euch dabei eine gute Zeit und wir sehen uns dann bald.